Vor allem im Alter ist es wichtig, gegen die Resignation anzukämpfen. Oft begegnet man der Stimmung, zum Beispiel, ich bin doch zu nichts mehr Nütze. Es ist wichtig für unsere Zufriedenheit, wenn wir etwas Sinnvolles, Schönes oder auch Gutes für andere tun können. Wir sind soziale Wesen, allein sind wir nicht lebensfähig. Wir brauchen das Wohlwollen unserer Umgebung, sonst verkümmern wir. Ohne soziale Kontakte und Feedback besteht die Gefahr, dass wir immer mehr Marotten entwickeln. Vor allem im Alter ist es wichtig, gegen die Resignation anzukämpfen. Oft begegnet man der Stimmung, zum Beispiel, ich bin doch zu nichts mehr Nütze. Es ist wichtig für unsere Zufriedenheit, wenn wir etwas Sinnvolles, Schönes oder auch Gutes für andere tun können. Wir sind soziale Wesen, allein sind wir nicht lebensfähig. Wir brauchen das Wohlwollen unserer Umgebung, sonst verkümmern wir. Ohne soziale Kontakte und Feedback besteht die Gefahr, dass wir immer mehr Marotten entwickeln. Vor allem im Alter ist es wichtig, gegen die Resignation anzukämpfen. Oft begegnet man der Stimmung, zum Beispiel, ich bin doch zu nichts mehr Nütze. Es ist wichtig für unsere Zufriedenheit, wenn wir etwas Sinnvolles, Schönes oder auch Gutes für andere tun können. Wir sind soziale Wesen, allein sind wir nicht lebensfähig. Wir brauchen das Wohlwollen unserer Umgebung, sonst verkümmern wir. Vor allem im Alter ist es wichtig, gegen die Resignation anzukämpfen. Oft begegnet man der Stimmung, zum Beispiel, ich bin doch zu nichts mehr Nütze. Es ist wichtig für unsere Zufriedenheit, wenn wir etwas Sinnvolles, Schönes oder auch Gutes für andere tun können. Wir sind soziale Wesen, allein sind wir nicht lebensfähig. Wir brauchen das Wohlwollen unserer Umgebung, sonst verkümmern wir.